Okay, du bist kein Bossraum. Oh, Hütchen. Oh, Pinkbong ist totes. Oh, oh, oh. Hier ist überhaupt gar nichts, oder? Bringt auch nichts, Fadu. Oh, ich muss ja raus, ich muss ja raus, ich muss ja raus. Oh, okay, 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 okay. Die Karte ist hier komisch. Ah, jetzt geht es wieder. Also ein bisschen hoch, wir müssen links und wir müssen dann von diesem anderen komischen Hauptraum weg. Oh, okay. Ja, das war nicht schlecht. Oh. Ein paar Lebenspunkte einsacken. Ne, da oben, da oben könnte es auch weitergehen. Da oben kannst du weitergehen, rechts ist das eine Truhe. Oh. Oh. Jo, Killeis. Killeis ist tot. Oh, oh. Oh, doch nicht. So. Kein Hühnchen, aber Gott. 18.000 gleich. Ich hätte aber echt gerne einen Bossraum. Oh. Jetzt aber rechts, Bossraum. Nein. Ah, dafür ein Hühnchen. Du bist kein Bossraum, du bist ein Truhenraum. Hihihi. Bye, bye. Dich kriege ich nicht weggeschubst, oder? Imperiale Schwert. Ich denke nicht, dass es Imperiale Schwert mit dem hier mithalten kann. So nicht. So nicht. Jetzt oben Bossraum plus Statue. Das ist kein Bossraum. Jedenfalls nicht direkt. Das hat eine Schwierigkeitsgrad eines Bossraums, aber... Oh. Jikes. So. Das ist alles für Gold. Ich will langsam kein Gold mehr. 20.000 reicht für ein Leben. Für den verdammten Boss töten. Wir sind gleich vollkommen durch die Hölle. Also links und unten wäre noch eine Möglichkeit. Links und... Ne, gar nicht. Aber auch schon. Links und links. Oder oben. Links. Oh, hey. Dafür müssen die jetzt sterben. Genau. Der bringt alle Lebenspunkte. Ja. Du auch. Auch. Dein großer Kumpel auch. Oh. Ja. Ka-ching. Ka-ching. Oh. Sehr gut. Und weg. Spucki. Spuck. Spuck. Oh. Und die Lebenspunkte sind gleich wieder da. Sehr schön. Spuck. 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 Oh. Oh. Ich laufe in das verdammte Feuer rein. Wer mit Gold überhäuft. Ich will noch in den Bossraum. Bevor es zu spät ist mit den Lebenspunkten. Ja. Ähnlich. Sehr schön. Oh. Und ein Hündchen hinterher. Vielen Dank. Spiegel. Okay. Das ist langsam aufgeleitet, dass ich so viel jammer. Ja. Soll mir recht sein. So. Und das ist gar nicht pumpetär, weil wir in der Hölle sind. Aber auch gut. Wir haben jetzt eine Bar. Wir haben ganz viele Lebenspunkte. Das heißt, wir können einfach unten diese Kamikaze-Aktion machen. Hallo. Und ich habe Doppelsprung. Ich mache jetzt gar keine Flugfehler mehr. Ich nicht fliegen kann. Oh. Geeks. Kaputt. Kaputt. So. Oh. So. Nicht mehr. Du. Oh oh. Ja, es werden langsam profile. So. Oh. Jetzt wird noch ein paar. Töten. Den suchen sie noch voll. Oh. Das sind okay. Gut ist was anderes. Oh. Obwohl. Hey. Doch. Die sehen richtig gut aus. Das ist mal alles aus dem Aufentwinkel machen. Ich habe eine hektische Bewegung hier. Ja. Oh. Du dober Schleim sollst hier gar nicht laufen. Krit. 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 Da oben fettpiedelst du dich, ja? Oh. 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 Okay. 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 Stimmt. Unten sind ganz viele Schleime. Da muss ich einmal jetzt Schaden fressen und einfach durchlaufen. So. Ja. Das schaut gut aus. Schaut sehr gut aus. Die sind gleich alle kaputt. das ist die kleine schleim nicht wollen kann aber gut du bist kaputt und du bist tot sauber das ist alles an gold und eine schöne kiste max weight mp und armor das war das erste mal das wir max weight bekommen haben als dead okay sehr schön und jetzt würden wir gerne war einfach nur noch ein ehren vollton sterben habe war also das oder wir machen jetzt konnte der es könnte sogar machbar sein wenn ich mich einigermaßen zusammenreißen wir gehen mal zurück zum bossraum teleportieren uns hierhin schlagen den hak nach links oben rechts gucken ob da der übergang zum wald ist wenn da der übergang zum wald ist schnappen uns die statue und gehen nach oben ins meiergebiet du war klar und bist du ein messerwerfer und axtwerfer axtwerfer sehr schön also das war doof ja 340 gold fallen jetzt nicht mehr so wirklich ins gewicht so was sagt die karte die karte sagt es geht oben noch weiter also irgendwo hier hoch 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 sind und alltså konnten wir nicht kriegen können genau so wird das in seinem lebenspunkte sammeln schon hülchen das haben wir noch so schön ist ja hier ein feuer marion über spiel erst mal 43.000 gold sehr schön wenn wir einkaufen gehen nein du war die kontakt dingens wussten du war es richtig da stürmste 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 so das ist ein cheater magier gleich nicht so ungeduldig die augen der strömung hinein 1 tot 2 tot genau das ganze mit geduld macht das alles viel besser zwar kein besonders gutes rp als bar aber hey wollen töten von opfer bringen wenn die opfer die geduld sind oder so ähnlich das war mal cool sehr schön übergang zum bereich wollten zwar übergang zum waldbereich bekommen um später in meyerbereich zu gehen aber hey du kommst mir nicht zu nah du wachst ne kiste ist zwar ganz schön schlecht weil du kannst mich gar nicht treffen wenn ich oben lang gehe jetzt ganz schön viel aus du bist du und ich habe ganz vergessen zu gucken das ist die ganz guten mimick sein können oh 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 okay wenn wir schon mal hier unten sind und so töten yikes boss hauen nein jukebox die nichts funktioniert das ist nicht so wie ich es gerne hätte das da oben ist nun was was jikes hey muss tot sein hält schon längst ein tritt sein müssen das müsste dem schaut auch ganz gut gehen oder ja auch wenn es nicht ganz so war wie es geplant aber hat geklappt so sehr schön hoch müssen wir und vor wie ich mir ganz was hier links kiste ok ist ja nicht so dass wir schon 53.000 gold hätten wir wollen mehr kisten mit ich bei euch und ihr seid da liess au sieht wofür ich noch die gold sitten 1 sagen sie expression so opt bestop ob platform auch wo hallo auge da wusste ich doch nicht du bist gar kein echtes ding und was soll ist das hier für den raum so ich kann ich umbringen ich kann mich ganz viel geduld auch umbringen so den rest allein da doch oben links geht es weiter okay du bist kein mini boss das sind scheiße viele komm schon so du bist weg du bist weg komm schon x wenn du es noch drei stücke die verarschen mich so zwei stück einer das war aber lustig und du bist du bist in die stacheln gesprungen genau auch wenn ich da nicht an das gold reinkommen auch weg und euch will ich nicht schon wieder kämpfen ich will jetzt den boss so ich will mit 70.000 gold nach hause kommen schätzungsweise so so